Ist der Schütze bereit? Achtung! In diesem Video möchte ich das Einbauen vom FAC-Kit von der Firma Vormach für das Luftgewehr HW77 oder HW97 vorführen. Ich habe ja schon zwei Videos erstellt für das Einbauen vom Conversion Kit und für das Einbauen von dem FOMACH Tuning Kit. Aber hier geht es um das FAC-Kit, was nochmal ca. 10 Joule stärker ist als die anderen beiden Versionen. Dieses Kit verkaufe ich nur an Schützen mit Erwerbsberechtigung in Deutschland. Das wäre also eine Waffenbesitzkarte oder ein gültiger Jagdschein. Und das Abbauen vom Schaft habe ich jetzt hier nicht gezeigt. Jetzt geht es gerade darum, wie man das Gewehr auseinander bekommt. Also da wäre es zweckmäßig, wenn man die Kimmel hinten draufsteckt, wie eben gezeigt. Ein Lederlappen dazwischen legt und dann noch so ein bisschen Blech darüber tut, damit die Pumpenzange das Teil, was man jetzt abschraubt, nicht zerkratzen kann. Beim Abschrauben muss man wissen, was man da gerade zerlegt. Ob die starke Feder schon drin ist oder es sich um eine freie Version handelt. Also unsere Nachbarn in Holland oder Österreich, die dürfen ja stärker Luftgewehre haben. Aber wir in Deutschland haben ja hier die freie Version davon mit 7,5 Joule. Beim Auseinandernehmen einer starken Version muss man darauf gefasst sein, dass die Feder erhebliche Vorspannung hat. Und damit einem nichts um die Ohren fliegt, wäre es fektmäßig, wenn man so wie eben gezeigt ein Brett vor den Bauch nimmt, um die Kraft abzufangen. Wenn man das Gewehr auseinandergeschraubt hat, also wenn man das Abschraubsystem hinten abgenommen hat, dann spannt man das Gewehr praktisch auf dem Kopf in den Schraubstock mittels weicher Backen, also Kupferbacken, Alubacken oder Kunststoffbacken. Und dann wird vom Spannhebel der Stift herausgenommen. Denn wir müssen den Spannhebel halt rausnehmen und nacharbeiten. Also bei dem FAC-Kit ist es erforderlich den Spannhebel nachzufeilen. Wir brauchen hier mehr Weg, weil der Kolben nachher ein wenig mehr Hub hat. Und um das zu gewährleisten, müssen wir halt wie gesagt den Spannhebel nacharbeiten. Der wird nach oben rausgeschwenkt, wenn man vorne den Stift raus hat, geht das ganz einfach. Das Teil, was ich jetzt in der Hand habe, ist dann übrig. Das werden wir hinterher nicht wieder einbauen, weil sich wie gesagt der Weg vom Kolben geändert hat. Wir haben den ja erhöht mit diesem FAC-Kit und brauchen dieses Blechteil dann nicht mehr. Wir nehmen den Kolben mit Zylinder komplett heraus. Auch der ist nachher übrig, weil wir diesen komplett austauschen. Jetzt sehen wir mal die Originalversion. Der ist gut eingefettet und vorne die Originaldichtung, die ist eben auch gut mit Fett versehen. Und das wollen wir in der Zukunft gerade vermeiden. Also das Formach Tuning-Kit und auch dieses FAC-Kit, die werden komplett entfettet verbaut. Und da verwendet man am besten, das ist jedenfalls meine Erfahrung, Molabdem-Sulfid. Das ist ein Trockenschmierstoff. Und damit vermeidet man dann zuverlässig den sogenannten Diesel-Defekt. Damit ist gemeint, dass sich Öl oder Fettnebel bei der Verdichtung entzündet und man hat dann eine ungleichmäßige Geschossgeschwindigkeit durch den unterschiedlichen Druck, der sich daraus ergibt. Dieses FAC-Kit habe ich mit Molodensulfid komplett eingefettet. Das heißt, ich habe auch die Dichtung gut damit versehen und das ganze System eigentlich. Das hat sich bestens bewährt. Molodensulfid ist in dem Kit nicht enthalten. Das müssten Sie dazu kaufen, aber das können Sie auf meiner Webseite für kleines Geld bekommen. Ich verkaufe das in Größenordnung von 2 Gramm, also in Röhrchen zu 2 Gramm. Das reicht so für 3 Anwendungen, ist also dicke genug. Jetzt geht es darum, dass wir hier den Hebelweg verändern müssen, damit das neue System im Abzugssystem einrastet. Das probiert man am besten, indem man einen Bohrer reinsteckt und bei der Montage dann die Feder zunächst einmal nicht einbaut. Dass man also immer wieder probieren kann, ob das, was man an Material nachgefeilt hat, auch wirklich ausreicht, damit der Kolben im Abzugssystem zuverlässig einrastet. Wir müssen also den Spannhebel nachfeilen. Das wird dann auch gleich gezeigt. Es ist sehr sinnvoll, dass man, um den Spannhebel einzuspannen, ein geeignetes Stück Material dazwischen legt. Damit man das also nicht beim Spannen zusammendrückt. Ich habe hier ein Stückchen Blech genommen, das ist 500m stark, das passt da genau rein. So, jetzt wird nachgefeilt. Da muss gut Material weg, damit der Spannhebel weiter umgeschwenkt werden kann. Und wenn man meint fertig zu sein, dann entgratet man das auch ein bisschen. Damit man nicht zu viel wegnimmt, wäre es sinnvoll, dass man zwischendurch auch mal probiert, ob der Hebelweg schon ausreicht. Jetzt probiere ich dieses aus. Dazu habe ich das System wieder im Schraubstock eingespannt. Und die blanken Flächen, wo ich nachgefeilt habe, schwärze ich jetzt mit einem Eddingstift. Früher im Werkzeugbau haben wir gesagt, wir toschieren. Das heißt, man gibt Farbe drauf und fügt dann die Teile zusammen. Und kann dann anhand der blanken Stellen genau sehen, wo das Material zusammenstößt. So, das mache ich jetzt. Ich gebe also den Spannhebel wieder ins System. Schlage dazu aber nicht den Stift rein. Das wäre mir zu arbeitsintensiv. Ich stecke hier einfach ein bisschen Rundmaterial. In diesem Fall ein Bohrer rein. Und dann drücke ich den Spannhebel kräftig gegen das System. Und kann dann anhand der abgetragenen Farbe sehen, wo ich noch aufstoße. Also wo das Material zusammenstößt und wo ich noch gegebenenfalls ein bisschen nachfeilen muss. Das ist jetzt hier denke ich mal recht gut zu sehen. Und ich werde jetzt im System auch noch ein bisschen die Nuten nachfeilen. weil das da noch ein bisschen geklemmt hat. Das ist hier am Spannhebel ganz gut zu sehen. Da sind halt die blanken Stellen, wo ich noch ein bisschen nacharbeiten muss. Aber in dem Fall tue ich das an dem System. In dem Fall stecke ich jetzt den Schraubenzieher rein und halt nicht den Originalstift. Das geht sonst immer stramm und rein und raus. So, jetzt probiere ich halt mal, ob es schon einrastet. Das mache ich wie gesagt ohne Feder. Weil die geht ja alles viel leichter. Die setze ich zum Plus erst rein. Wenn ich den Spannhebel so weit angepasst habe, dass das System zuverlässig arbeitet. Ja, diese Anleitung ist wie gesagt für Sportfützen und Jäger gedacht. Die die entsprechende Erlaubnis haben solche Sachen auch zu verwenden. Oder für Büchsenmacher, Kollegen die das natürlich auch machen dürfen. Die Nuten, wo der Spannhebel praktisch drin läuft, die habe ich ein wenig nachgefeilt. Weil genau da der Spannhebel aufgelaufen ist. Das habe ich also durchs Tuschieren gesehen. Auf dem Spannhebel arbeite ich hier noch ein bisschen nach. Und dann wird am Ende alles mit Sandpapier geglättet. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird der Spannhebel schwarz gemacht. Wenn man es sich einfach machen will, dann nimmt man einfach ein Edding. Wenn man es besser machen will, dann nimmt man Brüniermittel. Da gibt es Schnellbrünierung. Die trägt man am besten mit einem Wattestäbchen auf. Und dann kann man auch das Teil wieder sprechend nachbrünieren. Es würde sich sehr gut machen, wenn man mittels Pressluft die Späne und Reste von Schleifpapier ausgläst. Wenn das nicht geht, dann nimmt man Wattestäbchen. Damit kommt man auch gut in die Nuten und kann diese auch prima säubern. So, jetzt baue ich den Spannhebel wieder ein. Vorher probiere ich nochmal in Ruhe, ob das auch vernünftig funktioniert. Funktioniert prächtig. Dieser Blechstreifen, den ich jetzt weg gelassen habe, musste ich ja, weil er nicht mehr reinpasst. Der hat die Funktion, dass er bei der Waffe vermeidet, dass sich entsichern kann, wenn der Spannhebel vorne nicht eingerastet ist. Das ist jetzt kein großer Verlust. Das Sicherungssystem funktioniert trotzdem erstklassig. Aber halt, wenn dieser Blechstreifen fehlt, dann kann man entsichern, wenn der Spannhebel vorne noch nicht eingerastet ist. Man muss sich bei der Handhabung ein bisschen konzentrieren, dass man da keinen Fehler macht. Jetzt probiere ich mal den Schaft anzusetzen. Auch den müssen wir nacharbeiten. Das ist in diesem Fall zumindest nur ganz wenig Material. Also ich setze den Schaft an, bewege den Spannhebel an die neue Endposition. Da lässt sich jetzt ja weiter durchspannen. Und das Material eckt jetzt am Schaft an. Und ich sehe nachher sehr deutlich, wo ich da noch was wegnehmen muss. Also das ist relativ wenig und auch nur einseitig. Da muss ich also ein bisschen nachfeilen. Die Kimme setzt sich jedes Mal drauf, um hinten das Absuchsystem komplett rauszudrehen. Das hat sich sehr gut bewährt. Die Kimme wirkt in dem Fall als Anschlag für die Pumpenzange, dass man die nicht auf dem Absuchsystem verdreht und gegen diesen Rekordabzug kommt, dass man die nicht verbiegt. Also das eigentliche Absuchsystem sollte hier nicht verbogen werden, weswegen die Verwendung von der Kimme. Wir haben hier sehr wenig Vorspannung. Ich habe das gerade die Feder dazugegeben. Jetzt muss ich halt ein bisschen drücken, um das Gewinde rein zu bekommen. Das geht mittels Brett vorm Bauch also sehr gut. Da kann man prima nachdrücken. Wenn man es reingeschraubt hat, dann kriegt man natürlich nicht mit der Hand das Absuchsystem in die richtige Position gedreht. Da muss man wieder mit der Pumpenzange richtig zu fassen. Wenn man es zusammengeschraubt hat, dann ist die Trennebene zwischen dem System und dem Endstück, wo das Absuchsystem drin ist, also ganz schlecht zu sehen, weil es ein ganz feiner Spalt ist. Wenn man es nicht weiß, sieht man es kaum. Es ist also sehr dicht zusammen. Man muss da manchmal ein bisschen hin und her drehen, dass man das Absuchsystem in die richtige Position verdreht, damit dann die Kimme wieder rüber geschoben werden kann über die Nut. Also oben hat man den Schwalbenschwanz, wo der Zielfinder drauf kommt. Und damit die Kimme halt da drüber gleiten kann, muss man das mal ein bisschen hin und her drehen, dass man dann die richtige Position hat. So, am Ende kommt unten die Indexschraube wieder rein. Diese verhindert übrigens, dass das Absuchsystem sich mit der Zeit verdrehen kann. Und jetzt feile ich den Schaft nach. Dazu spanne ich den in dem Fall in die Rubelbank ein. Und werde dann einfach die Stellen, die ich vorher schon ermittelt habe, ein bisschen nachfeilen. Es ist also nicht weiter kompliziert, wenn ich das gemacht habe, setze ich den Schaft wieder dran. Ist klar, dass ich die Schrauben wieder rein drehen muss. So, und wenn ich alles fertig habe, dann mache ich mal eine Kontrolle, ob alles gut funktioniert. Und jetzt haben wir praktisch die Waffe umgerüstet auf FAC 25 Joule. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Danke für Ihre Aufmerksamkeit!